So Leute und Moin zusammen, ich begrüße euch zu diesem neuen Video und herzlich willkommen hier und danke erstmal fürs Einschalten. Wenn ihr neu hier auf meinem Kanal Olli seid, lasst gerne kostenfrei natürlich unten beim Klick auf den roten Button ein Abo da und klingelt an der Glocke. Und jetzt muss ich mich erstmal recht herzlich wieder bei euch bedanken. Einige von euch haben mich mal wieder unterstützt per PayPal, wieder eine kleine Spende rausgehauen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, sodass ich diesen Kanal hier weiter betreiben kann. Denn oftmals werden die Videos ja demonetarisiert, wie ihr wisst und so weiter. Da ist es nicht so ganz einfach mit seiner freien Meinungsäußerung. Und dementsprechend, darum geht es jetzt eigentlich auch. Nicht im Kern, aber auch irgendwo. Und ihr wisst das, ich habe gestern das Video hochgeladen bezüglich Fridays für Hubraum. Und das war ja eine Facebook-Gruppe, war, man muss schon in der Vergangenheitsform davon sprechen, denn sie wurde nicht gelöscht. Das erstmal vorweg als Hinweis, sondern sie wurde archiviert von den Administratoren. Das bedeutet, die Gruppe ist zwar noch zu sehen, zu finden für deren Mitglieder, ich glaube für die anderen Leute nicht mehr. Aber man kann dort nichts mehr schreiben, nichts mehr Neues posten oder liken oder irgendwas ähnliches machen. Aber bestehende Postings und so weiter sind vorhanden. Und als ich das Video gedreht hatte, hatte die Gruppe irgendwas um die 200.000 Follower schon erreicht. Oder 180.000, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ich war irgendwo vor den ersten 10.000 reingekommen, habe da ziemlich früh über einen Kumpel von Link geschickt bekommen. Und viele von euch haben von der Gruppe mitbekommen. Und es waren am Ende irgendwie 350 oder ich glaube sogar 400.000 Mitglieder in dieser Gruppe. Was für meinen Geschmack natürlich ganz klar darstellt, dass ein Interesse daran besteht, ich sag mal, Demonstrationen vielleicht zu starten, eine Initiative vielleicht auch zu gründen, um gegen diesen ganzen Klimawahn vorzugehen. Und vielleicht auch mal kritisch zu hinterfragen, stimmt das alles so mit dem CO2, wie das Ganze aussieht, wie das zumindest von Fridays for Future dargestellt wird. Und jetzt ist aber wirklich das passiert, was ich ja in meinem letzten Video auch schon wirklich gesagt habe. Man muss jetzt aufpassen, die Gruppe wird sehr, sehr groß. Man muss aufpassen, was da geschrieben wird. Man muss gucken, wie die Leute sich verhalten. Und wisst ihr, ich bin selber Unternehmensberater im IT-Bereich und solche Social-Media-Sachen betreibe ich ja auch selbst mit meinen YouTube-Kanälen knapp 120.000 Abonnenten, mein Hauptkanal 83 MeToo. Und auch der kleine Kanal hier wächst ja richtig exorbitant. Und von heute auf morgen ist das alles nicht passiert. Das wächst über eine gewisse Zeit. Und die Administratoren, ich denke, die trifft gar keine Schuld für das, was jetzt passiert ist. Denn die sind einfach nicht Herr der Lage geworden mit dieser Masse an Kommentaren, mit dieser Menge an Personen, die da aktiv wurden. Denn so ist das Ganze nämlich wirklich geisteskrank. Anders kann man das nicht sagen. Wirklich krankhaft ausgerastet. Und da wurden Bilder gepostet, Sachen gepostet über Greta. Es hat sich wirklich sehr personifiziert von einigen Kandidaten, die wirklich über die Stränge geschlagen haben. So wurden Morddrohungen gegen Greta ausgesprochen, dass man sie piep sollte, dass man ihr mal einen Typen hinschicken sollte, was denn ein Auftragsmörder kosten würde, um sie zu beseitigen. Beleidigungen der übelsten Art und Weise. Also wirklich auf unterstem Gossen-Niveau. Wisst ihr, ich schlage hier auch schon einen harten Ton an und sage, Mensch, die Alte geht mir doch auf den Sack. Das ist doch Schwachsinn, was die erzählt oder was weiß ich. Aber das ist irgendwo noch, wie ich finde, für meinen Geschmack vor einer gewissen Grenze und überschreitet diese Grenze nicht und geht halt nicht diesen Schritt weiter. Und von so etwas möchte ich mich hier an der Stelle ganz klar distanzieren, so wie auch die Admins der Gruppe das selbst gemacht haben, was ich sehr gut finde, dass sie da eingeschritten sind. Haben gesagt, nein, stopp, die Gruppe wird jetzt hier archiviert, damit das hier nicht mehr weiter publik gemacht wird und gepostet wird. Weil das waren wirklich Sachen, nee, damit ist keinem geholfen, Leute. Im Gegenteil, das ist es, was mich daran so ärgert. Diese Gruppe oder auch ich, weil ich gesagt habe, jo, guck mal in der Gruppe vorbei, das ist eine coole Aktion. Man muss das Ganze jetzt nur ein bisschen organisieren und gucken, dass das Ganze auch in sinnvolle Bahnen geht. Und es ist genau das Gegenteil passiert. Und das ist halt einfach klar, von diesen 300.000, 400.000 Menschen, wenn das vielleicht, man kann ja hier, gibt ja die Screenshots bei Twitter, kann doch mal reingucken. Ich will die hier ja gar nicht einblenden, weil das so asozialer Jargon ist, den möchte ich hier auf dem Kanal nicht haben. Man kann ihnen die Namen so durchzählen, das sind vielleicht, ich überschlage es mal, 50 Leute. Lass mal es 100 Leute sein. Das ist im Endeffekt nichts. Das ist so hoch wie der CO2-Anteil Deutschlands auf der Welt. Damit kann man das eigentlich vergleichen. Das ist ein Nichts. Aber das schlachtet die andere Seite jetzt gerade massiv bei Twitter aus. Und glaubt mir, während ich dieses Video drehe, sitzen die ersten Autoren und Redakteuren schon da und schreiben darüber. Und die Presse wird morgen voll darüber sein, was darüber geschrieben wird. Das sind doch die Auto-Nazis. Sowas wird getitelt, das weiß ich jetzt schon. Mit denen kann man ja nicht diskutieren. Die gehen ja nur auf die Persönlichkeitsebene. Die sind ja nur radikal. Die drohen ja mit Mord. Die sind ja genauso gefährlich wie SUVs oder ihre Autos generell. Leute, das, da haben wirklich einige über die Stränge geschlagen. Und das schneidet in unser aller Fleisch, oder sollte ich sagen, Autoblech. Damit ist keinem geholfen. Absolut im Gegenteil. Ich lese euch aber jetzt gerne an der Stelle auch nochmal hier das Statement, soweit von einem Administrator der Gruppe vor, der sich nämlich da geäußert hat, weil ich es sehr gut finde. Hallo liebe Mitglieder. Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir die Gruppe vorerst archivieren. Warum wir das machen? Es herrschen ganz klare Regeln in dieser Gruppe und leider werden diese von sehr vielen nicht berücksichtigt. Unter anderem werden Morddrohungen ausgesprochen, fragwürdige Texte gepostet, einfach Werbung für Merchandise-Artikel geschaltet und zu guter Letzt sogar Spendengelder gesammelt, Klammern, mit denen wir nichts zu tun haben. Also das ist wieder so ein typisches, ich weiß nicht, ob es ein deutsches oder überhaupt ein menschliches Phänomen ist. Man wittert irgendwo, da kommen jetzt ganz viele Leute zusammen, da ist irgendwas, was die Leute irgendwie verbindet. Und ich könnte ja versuchen, da irgendwie was abzugreifen, Aufkleber, T-Shirts, was weiß ich, was da an Merchandise alles angeboten wurde oder einfach, ja komm, hier Spendenaktionen, wir sammeln. So richtig geprüft für wen und was wird in der Regel ähnlich, da wird immer gesagt, ja komm, schiebst du mal einen Euro oder zwei drüber. Nee. Also ganz klar der Hinweis an der Stelle nochmal, wer mich finanziell unterstützt, das fließt zu 100% hier in diesen Kanal. Und was davon übrig bleibt, das verballere ich mit meinem AMG, mit meinem C63S, da haue ich schön ein bisschen CO2 raus auf der Autobahn oder einmal mit meinem E60530i. Das sage ich halt klipp und klar. Und wem das nicht gefällt, der soll und muss mir gar nichts spenden. Aber dennoch, ich bedanke mich bei jedem, der es tut. Weiter geht's von dem Admin. Von rechtem Gedankengut mal ganz abgesehen. Da hatte ich jetzt so direkt nichts gefunden, aber wird bestimmt auch der Fall sein, könnte ich mir gut vorstellen. Und Leute, mit sowas darf man sich nicht auf eine Stufe stellen. Das darf nicht sein, das passt einfach nicht, weil dann wird das direkt so instrumentalisiert. Deshalb räumen wir auf. So geht das nicht. Danach ist die Gruppe wieder offen. Alle Anfragen werden kontrolliert und die Postings werden von uns kontrolliert. Das heißt, die wollen eine moderierte Gruppe machen. Bei einer Gruppenanzahl, also ich habe auch eine moderierte Gruppe, das ist meine 300-Midu-Auto-Pflegegruppe. Da wurde halt auch sehr viel Werbung für eigene Shops oder auch andere YouTube-Kanäle gepostet. Das wollten wir einfach in der Gruppe soweit nicht. Und dementsprechend habe ich, es sind keine 10.000 Follower in dieser Autoflegegruppe. Aber dennoch sind da 5, 6, 7 ungefähr Administratoren, Schrägstrich Moderatoren tätig, die diesen ganzen Kommentaren herwerden müssen. Das könnte man jetzt hochrechnen. Also da braucht man schon, ich sage mal, gute 100 Moderatoren, um so viel wirklich Content, der da produziert wird, dann auch zu sichten, zu kontrollieren und dann freizuschalten oder gegebenenfalls zu löschen, User vielleicht auch zu ermahnen, wenn sie irgendwie einen Kommentar abgeben. Das heißt, das muss alles mitgelesen werden, wenn jetzt einer was postet. Und da kommen jetzt mal 50 oder vielleicht auch 500 Kommentare drauf. Das artet in einem Fulltime-Job aus, der nicht für einen Menschen ausreichend, der im Gegenteil, wo ein Mensch nicht ausreichend arbeiten kann. Ja, weiter geht's. Weiterhin möchten wir von euch, dass ihr bitte zur Unterstützung Regelverstöße meldet. Nur so geht es, denn wir wollen etwas erreichen. Das können wir nur zusammen als Einheit. Kanalisiert eure Wut doch bitte nicht auf ein 16 Jahre altes Mädchen. Was soll sowas? Und rechte Hetze geht gar nicht. Und das unterzeichne ich vollkommen. Das kann ich nicht anders bestätigen. Das ist ja auch, was ich hier in den Videos sage. Man kann sich mal über jemanden lustig machen. Ihr macht euch oder der ein oder andere, der folgt mal oder sonst wer, macht sich auch über mich lustig. Da steht man dann drüber. Das ist in Ordnung. Aber das muss nicht ausarten und dann so krass werden, dass dann auch, angeblich ist ja Greta Thunberg an Asperger, leidet ja unter dem Asperger-Syndrom oder auch, was weiß ich, irgendeiner Krankheit. Darüber darf sich nicht lustig gemacht werden. Sie hat sich das nicht ausgesucht, dass sie so ist. Das ist einfach so. Das ist ein Teil von ihr, wie bei jedem Menschen, anderen Menschen auch, dass er eine Narbe hat, weil er immer hingefallen ist, dass ihm sonst was schlecht geht oder sonst was. So, und dann letzter Satz. Ich hoffe, dass nach diesem Schritt wieder alle rund laufen und keiner mehr Falschluft zieht. Ja, das ist natürlich mit einem schönen Satz beendet, wie ich ganz viel hier finde an der Stelle. Und das wollte ich euch hiermit auf jeden Fall mitteilen und dazu auf jeden Fall aufrufen. Leute, Piano, Piano, es ist keinem damit geholfen, wenn das so krasse Bahnen annimmt und so ausartet. Im Gegenteil, das kommt auf uns alle Autofahrer zurück. Also, ich weiß, in den Kommentaren wird es jetzt eh widerstehen. Nee, ich habe ja nichts geschrieben. Ich war ja nur Leser oder ich war ja lieb oder sonst was. Ich habe ein Autobild gepostet von mir, von meinem Auto oder sonst was. Ja, vielleicht erreiche ich aber diese Leute oder über ein paar Ecken zumindest ein bisschen zügeln. Und dann, wo ich auch noch Autofotos zu posten gerade erwähnt hatte, das war ja auch sowas, was ich in der Gruppe gesehen habe, was da wirklich ganz viel gemacht wird. Und jetzt gibt es nämlich hier schon eine weitere, ich glaube, das ist eine neue Gruppe. Fridays for Future Deutschland nennt die Gruppe sich. Und die hat jetzt gerade, wo ich es mache, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich sehe es gerade nicht, wie viele Abonnenten. Es gibt noch so zwei, drei andere. Ich weiß nicht, ob die alle jetzt vom selben Admin sind, das kann ich mir nicht vorstellen. Keine Ahnung, was da genau so los ist. Auf jeden Fall in diesen Gruppen, genau wie in der Originalgruppe in Anführungsstrichen, sind halt die Leute hingegangen und posten ihr Auto. 5,9 Liter V8, großer Hemimotor, geile Maschine nebenweise gesagt, keine Frage. Grüße an den Albern, geht raus, der fährt nämlich auch so einen richtig schönen Wagen. Hier postet der Nächste seinen schönen Audi R6, der Nächste postet hier seinen Golf 6 GTI, müsste es sein, und so weiter und so fort. Das ist gut, das ist geil, aber so eine Gruppe darf mit meiner Meinung nach nicht zu einer, ich poste ein Foto von meinem Auto Gruppe verfallen. Denn dann gehen konstruktive Kommentare unter und der Fokus liegt nicht mehr darauf, was uns alle wichtig ist, dass wir daran arbeiten, dass die Autos nicht verboten werden gänzlich in Deutschland. Wovon nicht fest überzeugt man, dass das der Weg der Grünen sein wird. Und das Verbot für Verbrennerfahrzeuge generell ist ja schon in Planung für 2030, sodass es heißt, dass ab 2030 keine Neufahrzeuge der Zulassung mehr Verbrenner sind. Das ist der Wunschtraum. Ob das wirklich so kommt, ich kann es mir sehr gut vorstellen bei diesem aktuellen Trend. Und dementsprechend, Freunde, ja, schreibt eure Meinung gerne jetzt in Kommentare rein, verlinkt auch so ein paar Leute, die in dieser Fridays for Future Gruppe aktiv waren, muss man ja jetzt sagen. Ich hoffe mal, die Gruppe wird wieder freigeschaltet und dann funktioniert das in ganz guten, sinnvollen Bahnen. Und dementsprechend haut rein, bis zum nächsten Video, Daumen hoch für dieses, lasst gerne noch ein Abo da, wenn ihr neu seid und haut rein, bis zum nächsten und ciao.